Die Auszeichnung zum Sexiest Man Alive wurde heuer vom PeePoo Magazine an einen von Hollywoods begehrtesten Männern vergeben. In den Vorjahren wurden unter anderem bereits Thor Chris Hemsworth, Kicker-Legender David Beckham und Schauspieler Idris Elba so betitelt. Heuer fällt die Wahl auf John Krasinski. Der Schauspieler und Regisseur, der vor allem durch The Office, Jack Ryan oder A Quiet Place bekannt ist, kann es gar nicht glauben. PeePoo zufolge sei Krasinski in Unmacht gefallen, da es sich seiner Meinung nach nur um einen schlechten Scherz handeln konnte. Seine Ehefrau Emily Blunt hingegen glaubte immer daran. Es war eine Menge Freude dabei, als ich es ihr sagte, erzählte Krasinski. Die beiden sind bereits seit 2010 verheiratet und haben zwei Töchter, Hazel und Violet. Im Vorjahr wurde Patrick McDreamy Dempsey bekannt aus Grey's Anatomy und Stream 3 zum heißesten Mann der Welt gekürt.